Ja, ich hab nur gemerkt, dass ich heute einen hatte, weil vorher das da stand. Weil vorher das da stand! Wie viele XP-Balken hast denn du eigentlich voll? Äh, was kannst du mal? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Äh, also wie viele fehlen dir? Drei. Okay, bei mir dreieinhalb. Sehr gut, können wir? Hast du ja überhaupt gar nicht gelevelt, als du das Ding gemacht hast, ne? Ne, hab ich auch nicht. Oh, was wird jetzt passieren? Weg, 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 weg. Das ist ne Falle! Der Kammerschlüssel ist nicht im Zug! Schieß erst die Dinger ab! Ja, ist die Drohnen abkleinen. Hab ich gemacht. Rowland irrt sich Kammerjäger, du kannst Wilhelm besiegen, ich verspreche es dir! So viel hält das nicht aus. Ne, bis jetzt noch nicht. Warte, wo läuft der hin? Warte, wo läuft der hin? Hier! Er aktiviert den Kampfmodus. Überlass die mir, ich mach die Appa mit der Säure weg. Ja. Ich greif wohl Helm an. Ach, der schießt Granaten. Bomben. Bomben. Okay, die scheiß Schild. Reparaturbots. Jo. Boah, der macht alles am Arsch, alter. Ich schenk dir grad ordentlich ein. Alles kein Problem, alles kein Problem. Ich kann dich grad nicht holen, ich bin, ähm, out of Ding hier. Kein Problem, wie gesagt. Lebst du noch? Ja, ja. Läuft bei dir? Ja, ja, läuft bei mir. Ich krieg mich selbst nicht mehr. SMG-Money ist leer. Kriegst du dich oder kriegst du dich nicht? Nee, krieg ich nicht. Danke. So, gleich ist meine Tube-Money leer. Wird gleich sterben. Dann hau ich drauf, Moment. Äh, ich krieg mich auch nicht mehr, glaube ich. Oh, fuck. Ich bin auch trauen. Ja, gut, ich bin weg. Hoffentlich repariert er sich jetzt nicht in der Zeit. Das wäre richtig, richtig scheiße. Ich schaff's vielleicht noch? Jawohl, ich leb noch. Alles klar, ich komm mal neu an, ne? Der darf sich auf keinen Fall reparieren. Alter, der hat grad richtig gefressen. Die Granate, die ich hab, die geht doch richtig gut ab. Leicht draufschieß, Nico. Nee, die Granate macht, äh, 11.000 mal 9 oder sowas. Ich snack ihn mal eben, ne? Der geht doch voll klar, jetzt wissen wir, wie der geht. Ich mach 25k, ähm, pro Schiff, ich mach 25.000 pro Rakete. Ja, das ist natürlich auch sehr geil. Komm, der ist weg, der ist weg. Er ist ja kaputt. Ich auch. Danke. Ich hol mich, ich hol mich, ich hol mich. Okay, wo ist er? Ähm, Julian? Wir haben da ein, zwei Constructor, das Gefühl, ne? Ja. Ich hab keine Money mehr. Alter, ist das denn ein engelhafter Wächter? Alter. Oh, schnell, Money. Warte, ich, ich, ich krieg mich, ich krieg mich. Ja, ich kill den Constructor. Ja, kein Thema. Nein, nachladen. Komm schon, komm schon. Ja. Ja. Ja, Mann. Jetzt bräuchte ich womöglich ein klein wenig Hilfe. Ich money dafür. Ja. Ernsthaft, Digga, wie machst du das? Ich steh im Kreuzfeuer, weißt du? Du machst die... Ja, ich doch. Ich steh direkt neben dir, du Mongo. Du machst aber weniger Damage als ich, deswegen hab ich die ganze Zeit den, den, die Aggro. Und dabei hab ich keinen, ich hab keinen so krassen Live-Ring in der Kassion-Zeus. Ja, jetzt kommt dran liegen, ne? Alter. Alter. Geil. Geste? Warum guckt der mich eigentlich immer an? Guck woanders hin. Der ist Face-Agro. Ja, aber richtig. Alter, ja. Instant weg. Ich bin auch tot. Instant weg. Ah, ich leb wieder. Ja. Es wird spaßig mit dem Death-Counter. So ein Energiekern hab ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Gut, alle tot. Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Wow, bravo, Champagner, Applaus, Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, was? Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger, denn jetzt kommt's richtig dick für euch. Sorry, wegen der Falsch-Info. Ich dachte wirklich, der Kammerschlüssel wäre in dem Zug. Nächstes Mal mach ich das wieder gut. Ich bin in Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Was meinst du, Bloodwing? Läuft. War aber nicht so mega schwer, fand ich das. Übrigens, was geile ist, ich bin nicht einmal komplett gestorben dabei. Ja, ich zweimal. Am Ende. Sanctuary! Wilhelm hätte die anderen Kammerjäger vor vielen Jahren fast besiegt. Ja, wir sind die geilsten Fick-Aber-Bist als Sie. Gut gemacht. Wohin rennen wir? Nach da hinten. Ach, du musst denn da rausrennen? Roland, hier ist Handsome Jack, erinnerst du dich? Meine Männer haben eure Banditenherrsch aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Der Möx. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wolltet ihr nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt, sein Eridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tannis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Ein neuer Energiekern? Wow, so ungern ich Hyperion-Technologie einsetze. Der Kern, den du vorhin angebracht hast, ist fast ausgebrannt. Nimm ihn einfach raus. Verdammt. Wo ist denn der Kern? Ich bin wieder runtergejumpt. Direkt neben dir. Ah. Jetzt ramm den Kern fester rein als ein Messer in der Traxikanerbrust. Sorry, alter Crimson Lance-Frau. Okay, ich schätze, wir sind im Gesch... Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuaries Schilder, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Okay, läuft. Es ist kein Energiekern! Raiders, die Schilder sind unten! Gut gemacht, Angel! So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los? Hat irgendwas den Schild durchdrungen? Der Schild ist unten, Roland! Oh man, los, bringt jemand die Leute in den Untergrund! Sehr ungeil. Hey Leute, ich hab ne richtig schlechte Idee. Hups! Scooter, bring Sanctuary in die Luft. Roland, besorg mir Aeridium. Das wird nicht klappen! Da würden alle damit raufgehen! Die Stadt kann noch nicht fliegen, Lilly! Du hast deine Befehle, Scooter! Los! Wir treffen uns am Ostzentrum! Ich brauch deine Hilfe! Dringend! Jetzt hör mal auf zu heulen, du scheiß Muschi. Lass die Eier wachsen. Die Dinger machen keinen Schaden, ne? Okay, wenn wir die Fliebwerks-Zucker neu starten, dann... Ah, verdammt, irgendwas wird's schon bringen! Dann machen wir mal, ne? Okay, den hier hab ich! Du musst nur noch den letzten Schalter aktivieren! Okay, wir sind soweit! Alle Mann bereithalten! Ist Lilith grad geplatzt? Die ist grad verschwunden. Ich steck fest, Soldat! Ich kann das Iridium nicht zu Lilith bringen! Komm her, schnell! Juhu, auf geht's, Schnittchen! Juhu! Du musst zu Roland! Bewegt dich, oder wir sind tot! Du hast unsere weilsamen Zugfahrt nur überlebt, als ich das wollte! Vor fünf Jahren... Mach dir keine Sorgen um dich! Nimm so viel Iridium, wie du tragen kannst! Halt die Klappe! Und bring es zu, Lilith! Hast du das Iridium? Ich brauche es! Falsche Abzweck, Nico! Ne, ne! Ich bin hier voraus! Nicht wirklich! Friss die Scheiße! Kann die Alte nicht aktivieren? Ach, da ist sie! Ich hab das bisher nicht versucht! Halt dich lieber irgendwo fest! Äh... Ich halte mich an dir fest, okay! Verdammt! Verdammt, sorry, das war keine Absicht! Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen! Gib das, Scooter! Haha, Mann, das ist einer dieser Momente! Catch a ride! Ja, aber wir helfen mal mit, ne? Aber natürlich! Ich hab keine Munition mehr, verdammt! Mehr habt ihr nicht drauf, eine fliegende Stadt? Was glaubt ihr, Penner, sonst noch zu besitzen, das euch dabei helfen könnte, eine Chance gegen mich zu haben? Eine Sirene! Tackchen! Hm. Verkackt, wa? Joa, ne? Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist, aber wir haben nicht viel Zeit! Ich erkläre dir alles! Gehe einfach zu The Fridge! Das ist der einzige Weg in die Highlands! Willi! Ich hab keine Munition mehr für meine scheiß Raketenwerfer! Ja, du bist halt scheiße, wa? Nein, ich hab damit gemacht, gegen das zu dir! Bei was denn? Bei Willi! Alter, die erste halbe Leben hab ich gemacht! Arschlecken! Da hab ich die versucht, am Leben zu halten! Ja, und ich hab alle meine Tube-Money rausgehauen, bis zum Gehtnichtmehr! Boah, ich bin wieder auf dem Drecksschützenplatz! Druck mal C! Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Einfach toll, wie ihr Kammerjäger Angel einfach so vertraut habt! Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass sie für mich arbeitet, was? Bei den letzten Kammerjägern war's genauso! Aber ganz ehrlich, diesmal etwas viel witziger, euch reinzulegen! Was sagst du? Need for Speed Style? Ja, genau wie bei deiner Mom. Da rammst du auch so von hinten rein? Ja. Rund, 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 rund! Danke, dass du den Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wodurch Rowlands Kumpels dauernd meine Iridium-Minen angegriffen haben. Du kannst deine Freunde wieder treffen, wenn du The Fridge durchquert hast. Alter, da hat einer gerade richtig Harten. Nein, ich bin da gepanzert ab... Alter, alter, gönn dir mal den Psycho. Der hat voll das Ding im Körper stecken. Ja, ich krieg's aufs Maul. Kann mich nicht so bewegen. Warum kannst du dich nicht bewegen? Ja, weil ich gerade feststeckte. Ich hau mal kurz ab, ne? Was? Ah! Lass mich nicht allein, du Mongo! Komm, wir gleich wieder, holl nicht rum. Wozu kannst du meinen Panzerraum wieder aufladen? Die Karate fliegt gleich in die Luft. Ja, und? Oh, fuck. Du bist schon ausgestiegen, geht besser. Alter, was machst du nur da hinten? Wir helfen. Jogel, die sind schon alle tot. Ja, sag das doch. Ja. Ich guck auf die Karte. bites dich. Ich guck auf. Ja. Ja!